Ein Bayer fragt einen Türken. Wo geht's hier nach Aldi? Der Türke verbessert, zu, Aldi. Der Bayer antwortet entsetzt. Was, Scho zu, Aldi? Kommt ein Schotte in die Redaktion einer Zeitung und sagt, wenn sie weiterhin in ihrer Zeitung Schottenwitze drucken, dann ist es die längste Zeit gewesen, dass ich mir ihre Zeitung ausleihe. Was haben ein Chinese und der grüne Punkt gemeinsam? Einen gelben Sack. In Österreich werden Stromleitungen über Land verlegt. Kommt ein Österreicher am Ort des Geschehens vorbei, kichert, und geht weiter. Kommt der zweite vorbei, lacht, und geht weiter. Der dritte kommt, bleibt stehen und lacht schallend. Er kriegt sich gar nicht mehr ein. Da fragt ihn einer der Arbeiter, was denn daran so komisch sei. Naja, sagt er, ihr hängt den Zaun so hoch, dass alle Kühe unten durchlaufen. Wie heißt der chinesische Kulturminister? Bildung Der liebe Gott weiß schon, warum er die Engländer auf einer Insel ausgesetzt hat. Und dann gibt es da noch ein paar Idioten, die graben da einen Tunnel hin. Wie nennt man einen intelligenten Menschen in Österreich? Tourist Ein Chinese kommt in die Bäckerei und sagt, ich hätte gerne ein Blödschen. Sagt die Bäckerin, einen Moment bitte. Meine Kollegin kommt gleich. Sitzen ein Pole und ein Russe in einem Auto. Wer fährt? Die Polizei kommt ein Schotte aufs Standesamt und will seinem Namen ändern lassen. Der Beamte fragt ihn, warum? Darauf der Schotte, ich habe da gestern einen Karton Visitenkarten auf der Straße gefunden. Auf� viel Wie